Arne, bist du bereit zu kämpfen? Für die Query! Okay, wo gehen wir denn dann raus? Bleiben wir drin sitzen? Gehen wir oben auf Kameshki? Können wir auch machen? Query! 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 Ich warte bis wir wirklich... Query! 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 Und raus! Okay, schön, wir müssten jetzt aufgehen, weil ich bin wirklich im Sturzflug runtergegangen. Und? Siehst du was? Hier auf meine Seite. Wat? Ne. Okay, die sind weggeflogen von uns, ne? Da hab ich das richtig gesehen, ne? Okay. Ja, ja. Verstanden. Okay. Yay, yay, yay! Ganz viele Shotguns ausgerüstet hier. Hier liegt gar kein Rucksack. Was soll das denn? Scheiße, hier liegen nur Shotguns und... So kann ich nie arbeiten. Ah, ich hab ne Waffe. Gut. Gut. Gut, hab... soll... Ja, ja, genau. Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, dass man dann vielleicht nochmal so das weiße Haus beobachtet, ne? Was ist für die Idee jetzt? Ich hab auf jeden Fall ne Scar und ne Shotgun. Ansonsten hab ich nix. Okay, jetzt hab ich ne Weste. Hm. Hm. Das ist alles sehr mager hier. Ich hab ein Dreier-Visee gefunden. Oh mein Gott. So kann das da nix werden. Ja, bitte. Ja, bitte. Den würde ich drum bitten, dass du das vierfach mitnimmst. Ja, irgendwie sowas brauch ich. Okay. Äh... Noch mehr Shotgun... Ne, überhaupt... Ich weiß noch gar nicht, wo es jetzt hingeht waffentechnisch, weil ich hab nichts Tolles. Also ich hab die Scar mit 30 Schuss und die Shotgun. Shotgun ist mittlerweile voll ausgerüstet. Mit... Mit Choke und was weiß ich nicht alles, aber... Die richtige... Äh, die ist... Die richtige... Die richtige Waffe für die richtige angemessene Gewalt auf der Karte fehlt. Komplett. Also so ne SLR oder irgendwas. Also ich... Shotgun! Ich kann... Also wenn du Shotguns brauchst, ich kann dir ganz viele geben hier. Okay. Ich wechsle jetzt mal auf eine UMP. Okay. Aber du willst keine... Du willst keine Dings haben hier. Okay, ich nehm mal ne UMP jetzt mit. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich find einfach jetzt noch was, Arne. Ich hab die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Ansonsten muss ich mir das gleich nochmal holen hier. Okay. Ich hab ja zumindest schon mal wieder... Ah! Okay. Okay. Da ist die Waffe, um die richtige Gewalt zu... ...projektieren. Ich habe eine... Eine K gefunden. Äh, ne. Eine SKS ist hier. Da tu ich jetzt mein Dreiervisier drauf. Dann war doch hier irgendwo noch 7er Munition. Also 7er Munition brauche ich jetzt. Das... So. Ich find ein Vierfach würde ich gerne dann haben. Gut. Wie? Hast du... Hast du Anzeichen denn... Hast du irgendwas gehört? Gesehen? So, ich geh mal runter Richtung... Okay. Ich hab ne... Von oben auf uns warten hier. Okay. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich alles sein. Ah, ne. Brauchst du noch so ne Schulterstütze für ne... Ich bin auf der Suche hier nach 7er Munition. Schulterstütze brauchst du nicht. Nee, das hab ich... Ne, das hab ich... Ahhhh... 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 Ich hab genug 7er Munition. Ich brauch nichts mehr. Ne, ich meinte für so ne... Dings hier. Für so ne... Ähm... Äh... Geh da hoch. Ähm... Alter nicht. Ja, wir haben ja Häuser. Alles... Alles gut. Ich... Hast du denn nur als ein Vierer Visier, oder? Cool. Das ist lieb. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns im weißen Haus her. Komm rein. Ich nehm die ACP Muni hier mit. Außer du brauchst sie jetzt noch. Weiß ich nicht. Achso, ja dann nimm's... Hier, pass mal auf, ich hab noch äh... Was ich auch alles nicht mehr brauche. Willst du denn das Dreier Visier haben? Gut. Hm... Hab ich... Das auch noch über. Hier. Hier oben liegt noch ne Zweier Weste. Wenn das noch ein Thema ist für dich. Ja komm, dann lass uns doch jetzt äh... Ne, wir haben noch Zeit. Ich geh nochmal kurz da oben gucken. Ob ich da was finde für dich. Und dann lass uns... Wir brauchen ja jetzt kein Auto. Wir können jetzt einfach laufen. Sind ja drinnen. Und in der Halle sind noch nicht mal die Türen auf, ne? Seh ich gerade. Da liegt... Da liegt... Da liegt noch ein Zweier-Helm. Okay. Ein Daumengriff und irgendwas anderes hier noch. Ne, kein... Nichts was für dich hier. Kein Scheiß. Da ist ein Auto. Ja, können wir nehmen, um nach Norden wegzufahren. Äh, also... Ja, ja, ja. Da müsste man... Ich würde jetzt rechts vom Wald bleiben. Äh... Hier liegt noch ne Scar. Ja, komm, dann gehen wir uns das holen, das Ding. Ne, Schnuppe. Ruhe. Gib mir Deckung, Arne. Oh mein Gott, das geht schief. Hahaha. Hahaha. Ich trau... Da ist jemand. Dann bin ich erschossen von dir. Ne? Das wusste ich doch ja. Ne, nach hinten weg. Dann musst du jetzt runterkommen. Ja, komm. Das wird schon gut gehen. Ja, komm. auf bis zum nächsten Mal. Okay, ich meine... Ja, lasst du hier... dann, ich rüber und... dann, ich rüber... zu hier... ...looten... ... ... ... ... ... Aber lass uns unser Auto nicht wie letztens Dann lass uns das hier so hinstellen Scheiße, du hast recht Okay, jetzt steht's gut Weil wir sind genau an der Zone Wenn irgendwann mal hierher rennt Dann nicht, dass wir uns wieder das Auto klauen Die Zone ist schon da im Endeffekt Zwei Benzinkanister hier oben Nimm mal einen mit Den kann man ja explodieren lassen Und ich guck mal, ob irgendjemand auf uns zurennt Buggy ist außerhalb Dreierrucksack in dem Gebäude auf 200 Grad Im rot-weißen Nee, liegt auf dem Balkon draußen Ich wollte grad Nee, nee, das ist falsch Dann nehmen wir das andere Links von dir, hinter dir jetzt Das war Ja, nee Das ist rot-weiß Das andere ist nur rot Nee, nicht das Ja, das doch Ja, da rein jetzt Entschuldigung Da rein Nein Geh da jetzt rein Ah, das dauert viel zu lange Alle wahnsinnig hier Nicht wirklich was tolles hier Ich guck mal nach so einem Äh Digisterbumster hier Was du noch haben wolltest Hier liegt's Und dann hauen wir ab Ne Ja Ja komm dann Lass es mit dem Auto weg Können wir wieder an den Strand da An die einen Häuser da Äh Oh nee, wir müssen hoch Wir können schon hier Lass uns dann in die Stadt reinfahren Ah, okay Die sind am Rand Sehr gut Gar nicht gesehen, ja Wie du willst Also ich brauch sie nicht Kann aber auch Also, meinst du? Weil jetzt kann ja auch da drunter einfach in dem Delta dann da sein Ich glaube auch hier war niemand Und Anna Hier sind alle Nee Hier liegt Gar nichts Heilung Nee Nee Nee, nee, nee Hier ist ja alles Nee Nee, nee Wie gesagt Ich guck jetzt Ich suche jetzt tatsächlich noch In In jedem Raum Guck ich jetzt gerade noch Ich hab noch einen Flash-Hider für dich Wenn du einen brauchst SR Snipe Den nehm ich noch mit Und ich würde einer Warte mal Ich guck, dass ich die Dann lass ich die Gas-Kern jetzt doch hier Und nehm die Frack-Granate mit hier Ich hätte dann drei Frack-Granaten Kommst du zu mir? Oder soll ich zu dir rüberkommen? Warte Dachte ich etwas gehört Nee War nichts Okay Warte, ich leg's hier hin Warte, warte Dann kann ich doch vielleicht die Gas-Kern doch wieder mitnehmen Ja, kein Cool Hier Da liegt das Ding Ja, warten wir, ne? Wir müssten eigentlich wieder in dein Haus rein Weil da natürlich die Leute auf uns zurennen, ne? Wenn sie rennen Wenn da überhaupt jemand kommt hier Ich geh nochmal bei dir rein Aber ich glaub, da ist niemand, Anna Da ist niemand in den Häusern Auch in den In den anderen In den anderen Dingern Stürmt jetzt keiner los, so wirklich Okay, und du? Nach oben Ja, dann los Ich bin schon Noch 33 am Leben Okay, wer fährt? Feder Wir nehmen die große Brücke jetzt hier Oder fahren wir weiter rein? Was wollen wir machen? Fahren wir weiter rein Wir haben drei Brücken zur Auswahl Aber da wird keiner sein, ne? Da wird doch keiner sein jetzt Ja, komm, ab geht's Mach dich bereit, Anna Ja, komm, ab geht's Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, die kämpfen an der Kiste da Warte mal, Arne Warte, warte, warte Da oben Am Baum, am Baum da oben sind sie Da oben erschießt einer gerade alle Wieder looten Okay Vergiss es Dann los Ich dachte, ich treffe den, aber ich habe den noch nicht mal einmal getroffen Arne, du fährst Ja, ja Keine Ahnung, noch einer Irgendeiner von den Bumpern Bei mir ist es Ich habe es leider verstellt Bei mir ist es einer von den Paddles Deswegen Ja, wir gehen ja nicht looten Wir wollen ja nur hier bleiben Ja, da ist keiner drin Ist jetzt niemand drin Behaupte ich jetzt einfach Ne, ist nicht gelootet Hier liegt alles noch, hier liegt eine M416 Ah, Arne, Arne Auf Position Kommt ein Auto Fährt weiter Oh, fährt weiter Fährt weiter Hier oben liegt Nummer 5 Äh So Ja, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe Ich bin komplett ausgerüstet Kannst du die Tür zumachen? Ich glaube, ich habe die offen gelassen Ja, warten wir Hm, ist aber nicht, äh, für uns Sind andere Ist Ich schaue, ich schaue, ich schaue Ich meine, es kommt aus 160 Grad Aber ich sehe nichts Hinter uns Ah, na, wir kriegen Besuch Auf 285 Grad Rennen von rechts nach links Der eine visiert schon Treffer Okay, einen Treffer kassiert Die sind hinter den Steinen jetzt Der eine visiert auch nochmal Hinten, der ist neben dem Stein direkt Schießt Treffer Helm zerstört Andere Schüsse Andere Schüsse Oder das sind, ne Schießen da noch weitere Leute auf uns? Wir werden von mehreren Seiten beschossen, Arne Wir werden von mehreren Seiten beschossen Ich komm wieder rein Ich komm wieder rein Wir werden von oben Nein, nein, oben 185 Grad werden wir beschossen Und wir werden von da hinten beschossen 185 Grad Und auch von den anderen da am Strand Wann mal Ne, das ist ja Quatsch Der eine hat auf jeden Fall kassiert von mir Siehst du die, bewegen die sich noch? Ja, die anderen Die anderen haben Ja, ja Okay Ich guck jetzt einfach hier Mal hier das Fenster jetzt auf Die rennen wahrscheinlich unten lang jetzt Ja, ich denke auch Die gehen dann den Felsen jetzt lang, ne? Ja, okay So, und die andere Bergscheiße Das war von 185 Da lag auch irgendwo Lag da oben einer, der auf uns Deswegen bei mir stugen die Schüsse Als es mich flach auf den Boden gelegt hatte Gab es trotzdem Schüsse, die angekommen sind Deswegen irgendeiner muss da Da oben vom Berghang runter geschossen haben Was haben wir denn zur Wahl jetzt? Ich meine Ne, wir sind drin Ah ne, das war's Und die schießen nach hinten weg Die anderen schießen nach hinten weg Die haben Besuch Die müssen sich gerade wehren scheinbar Ich weiß zwar nicht gegen wen Aber die wehren sich Die Typen hinterm Stein Die sitzen da noch Die Zone kommt Oben links Ja, jetzt geht's los nämlich Wo ist denn der Typ? Irgendeiner schießt da runter Wir sind Oh Arne, wir sind sowas von drin Arne, ins Treppenhaus Ins Treppenhaus Ins Treppenhaus Bist du am Schießen? Hast du einen gesehen? Okay Ja Da kommen sie wieder Hast du gesehen, wie der weggehüpft ist? Da kommt er wieder hoch Der andere kommt da auch Die sind an dem Felsen jetzt 290 Da kommt der andere wieder hoch Ja Treffer Treffer Okay, der eine guckt wieder Okay, wo schießt der denn jetzt? Ah, was macht er? Scheiße Ah Das gibt's doch nicht Kannst du mich holen? Ach weh Da müssen wir vor allen Dingen jetzt Jaja, ich hab alles dabei Ich geh jetzt schnell hoch Und heil mich mit Äh Ich hab so nen riesen Map-Kit dabei Scheiße Wieso hat Ihr trefft den doch Wieso geht der nicht down? Der Affenarsch Arne, wir sind sowieso nicht mehr alleine Wir haben schon Besucher bei uns auf dem Compound Arne, hier sind schon Leute hinter uns Im Dings sind sie schon drin Im Ähm Die sind im Wachtturm drin Das heißt aber Hinter uns kann sich keiner anschleichen Weil der Typ im Wachtturm da jetzt drin sitzt Die kämpfen schon gegen ihn hier Jetzt kann uns auch keiner Von da oben Ich bleib einfach mal hier Die müssen jetzt alle Um uns herum kämpfen Die werfen alle mit Granaten Und machen und tun Damit sie sich jetzt hier Gegenseitig Ich lieg jetzt einfach hier oben auf dem Dach Ah ok Da sind auch noch Leute Auf 220 einfach mal angeschossen Und der Typ im Wachtturm Der schießt auf irgendeinen anderen Der andere wollte gerade hochkommen Wird auch beschossen Schön Die schießen alle aufeinander Und wir sind mittendrin Arne Und die kann Keiner kann zu uns rennen Und eine Granate werfen Das ist das geilste Pass auf Pass auf 215 auf Da ist so eine Baumgruppe an den An den Ähm An der Straße Ok sehr gut Ja Und der Typ im Wachtturm Verteidigt uns nach hinten weg Richtung Alles was da im Wasser ist Ja ok warte mal Ach scheiße Ich kann den auf den einen jetzt nicht schießen Weil sonst rückt mich der Wachtturmtyp Ne der guckt gerade wo ganz vorne Wo bist du Du bist auf dem Boden jetzt Wachtturmtyp ne Ok Ich leg mich wieder hin Ist das ein Geballer ey Wachtturmtyp ist jetzt Ne jetzt sind zwei Einer unten Einer oben im Wachtturm Und der Wachtturmtyp Unten oben Ist jetzt runtergesprungen Der andere kommt jetzt ran Die versuchen uns mit Granaten wegzuholen Ich komm mal wieder rein Die werfen Granaten rein Pass auf Arne Da kommt einer rein Es ist einer drin Es ist einer drin Arne Die laufen draußen rum Geh nochmal raus Ich glaube ja Ich glaube ja Die laufen am Haus Am Haus laufen sie rum Hier liegt Oh da unter ist direkt einer Oh scheiße Oh 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 Nein alles gut Ja da sitzen überall Leute Um unser Haus herum Wir haben komplette Die sitzen alle oben Bleib einfach hier oben auf dem Dach Dann haben wir gewonnen Erst war ich Ich muss ja gucken wo die sind Weil der eine versucht uns die ganze Zeit Wegzubomben Die rennen um unser Haus rum Das sind ja nur noch Zwei andere Teams Oder Solo Leute Hihi Und die müssen jetzt irgendwas machen Da ist einer Was macht der Hinter uns ist einer Der geht jetzt hier in diese kleine Hütte rein In dieses kleine Chat geht der rein Ein Typ war das Einer Okay Einer ist am Wachturm noch Okay also ich kann Zwei finde ich schon mal Ich suche noch die anderen beiden Die habe ich noch nicht gefunden Da weiß ich noch nie wo die sind Ah im Wachturm Im Wachturm Ist unten noch einer drin scheinbar Und einer ist in der kleinen Hütte Das ist einfach Und warte mal kriegt da oben einer Das wäre natürlich der Hammer Wenn da noch einer kriechen würde Und keiner kann Und die Tür Die einzige Tür alle Die uns holen kann Die ist vorne Die müssten alle wieder ums Haus Rennen Unter uns die Leute Okay Letzte Granaten bewahre ich auch Die rennen da alle draußen rum Da sind hier im Garten Weiß keiner Sehen da immer Okay Die kämpfen jetzt Die letzten Letzten Teams kämpfen gegeneinander Da sitzt er Einer Einer ist hier noch außen Oder ist er jetzt reingekommen Der Wachturm ist drin Ich sehe ihn nicht Ne es ist ja noch Ja 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 Habs gesehen Ja habs gesehen Ich warte Ich organisiere mal eine Ja ja alles gut Wir müssen raus Komm Ich renne aber Ja 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 Winther Winther Chicken Dad Ja ja sa